Anfang November sind wir als FWTM auf die Firma ASKOM zugegangen, um Unterstützung zu beten, uns eine vollumfängliche Beschallungsanlage für den Weihnachtsmarkt in Freiburg herzustellen beziehungsweise aufzubauen. Dies ist der Firma ASKOM in kurzer Zeit gemeinsam mit der Firma InnovaFone gelungen und zum Beginn des Weihnachtsmarktes Ende November konnte diese Anlage in Betrieb gehen. Heute, nach knapp 30 Tagen, kann man sagen, es hat einwandfrei funktioniert. Auch in der Praxis funktioniert es perfekt und von daher sind wir mit den beiden Spielern, gemeinsamen Spielern ASKOM und InnovaFone sehr zufrieden. Wir setzen das hier mit unserer EVA-Lösung um, Evakuierungs- und Veranstaltungs-Alarmsystem. Wir steuern die Ansagen durch unsere mobile Endgeräte, zum Beispiel Unwetterwarnungen, Bombendrohungen. Wir haben aber auch Hinweise zu Taschendieben. Wir sehen die EVA in jeder Veranstaltung, ob groß oder klein. Die EVA-Lösung bauen wir über ein Plug-and-Play-System auf. Das heißt, wir können sehr schnell Veranstaltungsorte mit der EVA ausrüsten. Der Vorteil bei der EVA-Lösung liegt da, dass wir sehr schnell auf Situationen reagieren können und innerhalb von Sekunden Ansagen auslösen können, die helfen, ein Evakuierungs-Szenario zu unterstützen. Wir benötigen hier auf dem Gelände des Freiburger Weihnachtsmarktes eine Durchsageanlage, weil wir natürlich in der Lage sein müssen, sollte eine Gefahrensituation entstehen, ein Kind verloren gehen oder ähnliche Situationen passieren, dass wir die Menschen darüber informieren können, dass wir mit den Menschen kommunizieren können, die sich hier auf dem Gelände befinden, nicht nur von Veranstalterseite, sondern auch mit den Standbetreibern und der Polizeibehörde können wir uns direkt vernetzen. Und wir haben die Möglichkeit, wenn Notfallsituationen entstehen, direkt auch den Notfall und den jeweiligen Ort ausfindig zu machen und zu reagieren. Wir haben die Handys im Stand, um das Sicherheitskonzept zu unterstützen, dass wir schnell den Seguruti rufen können oder im Notfall von Stand zu Stand telefonieren zu können. Und wir haben die Handys im Stand top. das geschreens fürkärft wird.